Alex, was gibt's? Ich hoffe, dass man mir vielleicht meinen Pick so ein bisschen um die Ohren haut und mir was Besserem empfiehlt. Ich war in der Situation ... Regenstürme. Nein, nein. Ich war in der Situation, dass mich genervt hat, dass ich nicht sehr leicht Metainformationen aus PDFs entfernen kann. Bei Bildern hast du ja unzählige Tools. Also wirklich unzählige Tools und viel zu viel Auswahl. Und bei PDFs irgendwie nicht. Und ich habe öfters mal ein Anwendungsfall, dass ich die Metadaten löschen möchte und habe mir was gebaut in Automator. In was? Wo hast du das gebaut? In Automator. Wie war der Name? Deswegen hoffe ich auch so ein bisschen, dass ... Vielleicht haut es mir jemand um die Ohren und dann gibt es mir einen Shortcut oder irgendwas Moderneres. Aber Automator ist einfach fantastisch. Weil es lässt sich nämlich hier auch als Podcast Pick meine selbstgebaute Action umschreiben, ohne dass ich sie jemandem zeigen muss. Es sind nämlich zwei Aktionen, die du einfach nur zusammenfügst. Und zwar das eine ist Get Selected Finder Item und das andere ist Set PDF Metadata. Und dieses Set PDF Metadata, das kreuzt du einfach, da kreuzt du einfach alle Haken an und lässt sie leer. Und dann löschst du sie logischerweise. Okay. Und dann kannst du das als Kontextmenü in deinen Mac dir kleben. Was einfach eine schöne, also ich weiß nicht, ich komme damit klar, wenn du so einen Kontextklick auf eine Datei machen kannst und sagen kannst, hau da mal diese Automator Action drüber, diese Quick Action und dann löschst du halt die Daten raus. Ist das denn zuverlässig, dass er die rauslöscht oder versucht er da einfach irgendwas drüber zu schreiben und manchmal ist vielleicht die Metadaten weg und manchmal ist vielleicht, sind die doch irgendwie noch da. Nee, nee, die Dokumente sind alle noch da gewesen. Es läuft jetzt nur so ein paar Tage. Ich habe es immer wieder überprüft, weil es halt jetzt neu ist. Aber hey, ich übernehme keinerlei Garantie, dass es irgendwas anderes mit deinen Dokumenten macht. Deswegen, um mich auch so ein bisschen abzusichern, das kreuzt die Basisinformationen wie Title, Autor, Keywords und sowas raus aus PDFs. Ich habe in der GitHub-Seite noch in den Shownotes dann verlinkt, die das ein bisschen komplexer gestaltet, alles die zusätzliche Tools einfügt, wenn man das denn möchte und dir, wo habe ich es hier? Da genau, dir mit so zusätzlichen Apps, die heißen Exif Tool und Tag, die Homebrew installieren kannst, kannst du auch noch, kannst du dir auch installieren, kannst du auch darüber laufen lassen. Das ist das Einzige, was die zum Beispiel nicht macht, genau meine Action, meine selbstgebaute Action. Es gibt ein File-Attribut, ein erweitertes File-Attribut, das heißt X, also es wird X-A-T-T-R-S geschrieben, was beispielsweise in die Information des Dokuments reinschreibt, von wo es beispielsweise heruntergeladen wurde. Ja, das ist dann, da wird reingeschaut, wenn die Warnung, dieses Ding hast du aus dem Web geladen, das ist gefährlich, willst du wirklich, wenn das gesetzt ist, dann kommt das. Ja, und das ist zum Beispiel so eine Meta-Information, die mich extrem nervt, weil zum Beispiel, wenn du ein Dokument von Google lädst, dann ist da eine irrsinnig lange URL drin, und das, also sowas zu verschicken, wäre mir persönlich zu peinlich einfach. Deswegen gibt es da, also mit diesen, mit dem verlinkten Tools, gibt es eine Möglichkeit, das rauszuholen. Da gibt es auch einen Terminal-Befehl für, den ich wiederum auch in meinen Automate Action gebaut habe. Also du kannst einfach, da gibt es einen Terminal-Befehl, der diese X, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber auch diese Where-to, Where-from-Informationen rausfiltert. Ja, Extended Attributes sind das, die dann da gesetzt werden. Und ich schaue gerade in den Informationen von Exif-Tool, und die sagen, dass sie die Metadaten natürlich nur verstecken, und wenn du sie wirklich raushaben willst, dann musst du das Pfeil nochmal durch Q-PDF durchschieben. Okay. Ja, okay. Das kann eine gute Einschränkung sein. Also auf keinen Fall auf mich verlassen, wenn es um irgendwelches zuverlässiges Löschen von irgendwelchen Daten geht. Aber mir hat es gereicht, dass das aus dem Informationsfenster dann entfernt wurde. Ich musste gerade aus einem PDF, musste ich so Informationen redacten und habe das mit Preview gemacht. Das hat ja einen Redact-Modus. Kannst du ja sagen, hier, Preview, Edit und dann Redact. Wirklich? Tut das wirklich alles oder nicht? Also ich hätte stark zwei. Am liebsten Screenshots und dann mit Photoshop drüber. Ja, nee, also da sollte man sich doppelt absichern, wenn das irgendwelche wirklich... Wenn das ernsthaft wichtig ist. Ernsthaft wichtig ist. Mich haben sie nur genervt in dem Fall, die Metainformation. Oder mich nerven sie generell. Und vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung für ein schönes Tool, wo man einfach Sachen raufwirft und die das dann nachvollziehbar machen. Aber ich, es ernsthaft, also ich habe ernsthaft alle PDF, nicht alle, aber ich habe halt so eine Handvoll PDFs, Dokumente, Programme durchgeschaut und keiner hat irgendwie ein schönes Tool, um Metadaten rauszulöschen. Du kannst natürlich immer den... Das ist nicht mal ein Trick. Also du kannst natürlich immer über den Druckendialog gehen und dann wird da auch Zeug rausgeworfen. Aber das ist natürlich keine Lösung, sondern ich will wirklich, dass die Attribute irgendwie per Mausflug rausgeschmissen werden. Und vielleicht gibt es da eine schöne Action. Ja, also ich akzeptiere das, diesen Anwendungsfall. Okay. Ich bin immer noch etwas irritiert davon, dass irgendwie dieser Nerv... Also wo ist der Nerv-Faktor davon, dass diese Informationen in den Metadaten des PDFs stehen? Also was nervt? Also ich meine, was nervt dich? Es mag ein Spleen sein. Es mag ein Spleen. Jetzt komme der Sache vielleicht schon näher. Ja, es kommt vielleicht ein persönliches Problem. Also wenn mir jemand ein PDF irgendwie schickt, dann schaue ich da auch gerne mal rein. Womit hat er das denn gemacht? Hast du den Spleen bei Alex ausgelöst? Nee, nee. Also da steht ja irgendwie drin, das kommt von Pages oder das kommt von Mac OS und so. Und da siehst du halt, okay, uralter Mac oder so, sehr sympathisch. Ja, oder benutzt halt irgendwie. Das habe ich auch mal gesehen. Was war das denn? Das siehst du oft. Genau, neulich habe ich nämlich, ich habe eine alte Rechnung gesucht und habe dann die alte E-Mail gefunden und habe dann aus dieser E-Mail so ein PDF runtergeladen. Du machst so das PDF und Google Mail sagt so, hier, das ist gar kein PDF, das kann ich nicht lesen. Na gut, egal. Da lade ich mal runter, mache es mal lokal auf, sage so, Preview, das ist kein PDF, das kann ich nicht lesen. Und dann mache ich das File irgendwie in BB-Edit auf und was ist es? Das ist eine HTML-Fehlerseite, weil der ein Rechnungsversand klickt intern nur auf den Link im Backend, um ein PDF zu generieren und wenn der nicht zu Hause ist, dann gibt er halt ein 404 HTML raus. Das ist ziemlich schön. Das ist gut. Ja. Ja, ist gut. Und ich habe es dann irgendwo anders gefunden, aber es ist halt, es war halt kein PDF. stark, einfach stark. Ja. Gut. Ich linke mal das mit dem Exif-Tool und dem Dings und dein Dings. Oder du schreibst einfach nur so ein Herz und Automator dahinter. Ja, genau. Mach ich, mach ich. Automator-Beste. Alter. Ja, super.